Nein, jetzt messert er mich, Digga. Jetzt hab ich ihn, Digga. Jawoll, schön. Tryhard Plus. Was geht YouTube? Herzlich willkommen zum nächsten Tag. Call of Duty Only My. Dabei ist natürlich der Antonio. Junge. Und heute machen wir auf beiden Channels ein Sniper-Video. Auf Anton haben wir schon aufgenommen. Auf Anton haben wir schon aufgenommen. Jetzt machen wir noch für Scorpion Plays und am Ende jeder Folge machen wir ein One-on-One. Ihr könnt ja mal abchecken, wer bei Anton gewonnen hat, Leute. Auf jeden Fall überraschend, würde ich sagen. Und ja, meine Freunde. Let's go. Hier auf Stand-Off. Also, was? Wow, wie du dir den Kopf weggehauen hast. Erwartet ihr bitte keinen Quickscope, sondern... Oh, du hättest du, Marcel. Ich hab, glaub ich, den Connett Hitmarker oder so gegeben. Nein, 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 nein. Nicht Chau. Da oben ist irgendwo einer. Aber natürlich ist die Kamp 40 trotzdem dabei. Und das C4 auch, Leute. Denn ihr wisst ja, Only Snipen geht nicht. Aber das ist... Wir haben noch nie einen Sniper wieder zusammen gemacht. Außer grad eben, ja. Na, ey, das ist wieder so typisch. In meiner Aufnahme wird natürlich wieder kein einziger Schuss getroffen. Egal. Freunde, erstmal warm werden. Einer ist hier in diesem kleinen Viereck. Oh, Digga, ich werd ja auch so gedropshattet. Den muss ich gleich mit C4 holen oder auch nicht. Leute. Was war das grad für diese kranke Situation? Da hab ich ja da Sniper und startet. Ja, normal, Digga. Ich hab immer noch keinen gesnipet. Feindliche Drohnen, sehr gut. Wir haben auch zwei übelste Trial der Gegner, glaub ich. Aber egal. Und so in der Bude immer noch. Okay. Da oben liegt noch einer drauf. Waa! Leute, ey, das ist jetzt grad wirklich krank. Ich hab immer noch keinen gesnipet, Anton, ne? Das kann doch nicht wahr sein, Digga. Ich geh einfach oben ins Haus, oder so, Digga. Ich geh jetzt auch hier oben hin, ne? Das bleibt mir schon. Anton! Ey, Anton, ich schwör dir, das gibt's nicht. Jedes Mal, wo... Das wären sogar zwei Feedszenen gewesen, wo man... Wo halt ein Feeds möglich gewesen wäre. Oh, Hitmarker. Endlich. Endlich. Konterdrohne, perfekt, Leute. Macht mir eh mehr Spaß, um Konterdrohnen zu spielen. Finde ich sowieso geiler, eigentlich. Bestes Feeling, Digga. Ist da oben einer? Tank ist vorne, glaub ich. Ta, 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 ta. Oh, nein, ich kassier'n Sniper, Digga. Oh, das noch nicht. Bitte, der Pille. Also, wenn jetzt hier oben... Ah, das ist ein Teammate, natürlich. Konter mit Breger. Ist in der Gegend. Wo ist der Typ jetzt? Ja, zack, Quickscope, Leute. Ihr kennt das doch. Wieder Quickscope, ihr kennt das doch, Leute. Das war doch alles nur Bluff bis jetzt. Weil jetzt geht das richtig los. Let's go. So, jetzt kommen die von hier. Nein! Die sind mit-Map, Digga. Ja, hier kommt auf jeden Fall einer. Ah, okay. Ich wollte ihm unbedingt ein Ding insgeben. Ja, sorry, dann. Ich feiere es so hart, wenn ich dir so zuschaue, dieser Weg laufe, ingame, und dann wissen wir, Ah, ja, Digga, und es war jetzt wirklich Zufall, dass es jetzt zweimal so war. Snipen war echt nie, in den ganzen Jahren war es nie so meine Ultra-Leidenschaft, sag ich jetzt mal. Du hast schon, ja, du hast Phasen, ja, man, auf jeden. Wo ich Musik gehört habe und einfach zu Piez gegangen ist, hat schon Spaß gemacht. Ballas. Jawoll. Ja, Grüße an Ballas auf jeden Fall, Leute. Nein! Er ist echt der letzte, reale, only COD, OG. Jetzt läuft er mir auch mit den Snipes, endlich. Okay, da oben ist jetzt einer. Langes Haus, ne? Oben. Ja, genau. Da werde ich jetzt auch mit der K40 mal den Besuch abstatten. Nice, dann zue ich nicht mehr hier, klar. Ich bin voll oft gegen diesen Kikus, Digga, im Gangfighter. Und der Snipe auch, voll nice. Digga, irgendwo hier? Warte mal. Digga. Easy Snipe, Freunde, habt ihr gesehen? Erst C4 und dann K40 habe ich mit einem einzigen Gegner gemacht, in einem Sniper-Video. Das muss man auch erst mal schaffen. Okay, jetzt kommt mir safe einer entgegen, oder? Einer ist Dörer, Bruder. Boah, Leute, jetzt läuft es aber gerade. Hab ihn. Ich habe Drohne. Jawohl. Ich brauche ein Drohnchen. Zack, was? Okay, jetzt habe ich ihn. Das wäre es aber auch gewesen. Ich glaube, die kommen jetzt entgegen, Leute. Ja, da ist er. Bei mir läuft es jetzt gerade aber auch gut, die letzten Minuten. Nein, nein, nein. Unfair. Oh, war das heftig, Digga. Das war jetzt auch... Oh, ich habe Hellstorm. Ist er oben langs aus? Ja. Aber da hätte ich ihn so geholt, Digga, du hättest so geschrieben. Noch Tanke? Okay, warte mal, wo kommen die jetzt? Wo, 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 wo? Kriegsmaschine. Sauber. Kriegsmaschinchen. Yes. Oh, ich habe auch noch... Ah! Hat er so einen Feed machen können. Kicko, Kicko, Sals, Blitzkriener, Digga, gibt Nicole. Mit dem anderen. Okay, ich habe Blitzschlag Hellstorm. Aha, okay, hier sind die. Ja, das ist ein Blitzschlag Hellstorm. Wie? Eigentlich hat er gerade sogar gemahlen los. Mit uns. Sauber. Also zwei, die erste Killzone. Oh mein Gott, Anton, das ist... Hä? Hat er sich auch noch ein Map geclitcht, der eine, Digga? What the fuck? Machst du da, okay, 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 okay. Komm, 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 komm. Oh Gott, ich bin nicht in der besten Pose, ne, ich werd's nicht schaffen. Ah, scheiße. Das Fensterbrett, aber ne gute Runde von uns beiden. Ich wüsste gerne mal, wie es ist, so gegen Pamarsch zu spielen, so in so ner Lobby halt. Wo du so alles gibst, weißt du? Ja, das ist das Allerschlimmste, überhaupt nicht. Weil irgendwann gibt der die halt auf dem Kriegskorb so. Naja. Ich hab auch früher mal gesagt, gegen 6 Sniper kann man keinen Tripple machen. Das geht auch nicht. Irgendwann ist halt einer... Alter, da oben, Mann. Jetzt kommt der Speed. Nein, Mann, du Hardscoper-Sau. Oh. Da siehst du mal aus deinem Speed, wie ich am Snipen bin. Nein, ey, der liegt ja immer ganze Zeit da rum. Digga, ich kann gar nicht auf meine Sniper wechseln. Oh. Nein, jetzt messert er mich, Digga. Jetzt hab ich ihn, Digga. Jawoll, schön. Ah. Da hätte er Creepies am Start sein können. Schade Schokolade. Am schlimmsten war es immer, wenn die bei Slums hinter diesen einen Mauer gesnipht haben. Weißt du, was ich weiß? Oder immer links, rechts läuft man. Ich hab ein Geschütz aus dem Order. Den hole ich mir jetzt. Nein! Ey, dieser Sniper der da hinten liegt, der macht mich so aggressiv, Anton. Ich hasse Sniper. Ich müsste diesen Colliderates zum dritten Mal eigentlich bekommen haben, aber ich bekomm ihn nicht. Da liegt noch einer. Da liegt noch einer, glaube ich, in Spawn. Machst du da? Garage ist links. War ich schon bei diesem kleinen ATV-Hatwitch. Ah, er hat mich. Schade. Wow, er hat Sniper mich immer noch von da, Digga. Ein Geschütz noch nicht. Ja, das geht durch, ja? Jawoll. Nein, nein, nein. Der ist Geschütz, die checken das sonst auch nicht. Nein! Marcel, ich hab grad echt Triple Collider. Die waren ganz kurz in einer Reihe, Digga. Ohne Mist. Ich versuch's jetzt, ich versuch mein Glück. Du hast außen, Digga. Okay, einen hab ich. Wo ist der zwei? Digga, ich liebe, dass wir nicht spawnen, so konstant sind. Nein, 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 nein. Jawoll, jawoll. Komm, Marcelo. Ich brauch zwei. Und er poppt schon noch. Schade. Digga, er muss doch jetzt langsam mal kommen. Eins. Nein, und jetzt genau kommt er. Drei. Komm, 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 komm. Vier. Fünf. Oh. Alle gequickspot, Digga. Das sind drei Leute. Auf einen. Nein. Ich hab die Puppe getunnelt mit meinem Schuss, Digga. Diese Frau da. Ich auch, dreimal, Digga. Jawoll. Nein. Ey, Anton, wie kannst du so gut snipen, Digga? Ich check das nicht, ehrlich. Wie geht das? Ich hab dir echt schon ganz gut gerapet, man. Komm, Digga, wer macht wieder Killcam? Digga. What the fuck? Mein Geschütz hat auch viele Feals gemacht, Digga. Er hat einen Quadfeel gemacht. Nur einer hat ihn gesplittet. Loll. Achtung. Feindliche Drohne. Entschuldigung. Komplett. Er liegt da rum, Digga. Hier liegen da alle rum. Ja, Anton, Anton, der hat mich jetzt zum zehnten Mal oder zum zwölften Mal geholt, Digga. Das Kinspeener auch noch, ne? Ja, die ganze Zeit immer. Ich hab, ich hab mindestens neun von meinen elf Toten von ihm. Komm, komm, wer macht Killcam? Ah, ich bin jetzt gerade, gerade werde ich hart genailt. Nein. Jawoll, Alter. Das wär ein Collateral gewesen, guck's dir an, guck's dir an, guck's dir an, Anton. Erstmal hier ins Schulterchen. Es gibt ja kein Collateral, wenn's der letzte Kill ist. Ja, klar, klar, klar. Ah, vielleicht, ne, ne, es wär genau die Mitte wahrscheinlich gewesen. Hättest du den bisschen weiter unten, bisschen weiter rechts, dann hättest du den Liegende noch geholt, das wär krass. So, Leute, und, äh, als Abschluss gibt's natürlich jetzt noch ein One-on-One auf Nuketown bis 10. Let's go. So, Leute, bei Anton im Video hab ich schon ein paar miese Wallbanks gehittet, aber natürlich wird's in meinem Video nicht passieren, geht ja gar nicht. Der erste wär jetzt so lustig, ich bin jetzt der erste jetzt einer gewesen. Lächerlich. Nein, ich wollte dich no scopen. Nein. Okay, Leute, ich glaube, diesmal, das geht nur bis 10. Jetzt hab ich dich mal geworben wegen des ersten Mal. Ja. Oh. Ja, Leute, genau das muss in meinem Video jetzt nämlich passieren. Das ist klar, Digga. Oben bist du? Nein, unten. Okay. Digga, jetzt mal. Gut. Nein. 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 Leute, er wird mich zu Null ziehen. Er wird mich jetzt zu Null ziehen. Boah, Digga. Boah. Ja, das war's. Das war mein Untergang. Ey, er mit seinem Hinlegen, Digga. Es nervt so heftig. Mann, Leute. Bei ihm konnte ich so gut mithalten, Mann. Ey. Au, Digga. Schade. Okay, komm, let's go. Wie du es auch richtig versucht hast, zu Null. Ja, ich hab schon getriert jetzt. Lächerlich. Wie du immer auf einer Stelle hopfst, das ist so lustig. Sieht so süß aus. Musst du nachladen. Okay. Komm mal, save. Er macht die Möven-Taktik, Leute. Ja. Nein, Mann. Ey, Leute, Leute, Leute. Ja, ey. Ey, das war schon wieder so close, Mann. Nein. Ah. Oh, fuck, Digga. Oh, fuck, Digga. Oh, Mann, 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 Mann. Kommt mal, Shellow. Boah. Nein. 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 Man, Leute, 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 Leute. Antwerp hatte halt voll die Sniper-Phase in dem Spiel. Ich war halt nie. Ich war halt wirklich immer... Ach so, hier bist du überhaupt. Immer mit C4 und A. Ich hab halt echt... Ich bin halt echt kein... Nein, lächerlich, dass das kein Kill war, Digga. Nein, okay, zweimal richtig hart lächerlich. Nein. Ah. Okay. Warte, Digga, bei mir bist du ja auch reingekommen. Jetzt ist es so stark. Was? Wow. Jetzt endlich mal einer, Digga. Zwei Wände, glaub ich sogar, ne? Ah, okay. Durch die Wand. Krass. Ah. Andersrum. Okay. So. Schnell, 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 schnell. Ich mach nochmal. Boah. Ja, mach nochmal, mach nochmal. Okay, okay. Boah. Wie nacktschnecke. Ich hab noch so diesen Möwensprung gemacht, Digga. Jawoll. Das meine ich doch, Digga. Am Ende kommst du immer ran, Alter. Boah. Das war so knapp. Nein. Ich, Digga. Hä? Wie, wie? Du hast mir voll verkauft, Digga, dass du weg gehst, ne? Du hast mir voll verkauft? Ja, 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 wirklich. Du hast mir richtig verkauft, Digga. Guck mal, hier. Warte, warte. Jetzt, jetzt. Jetzt dachte ich, du gehst safe woanders hin, Digga. Dass du wieder kommst, hab ich nicht mit gerechnet. Das sieht man ja hier. Okay, Leute. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst ein Like. Ist nochmal knapp geworden am Ende. Checkt Antons Video gerne ab. Morgen natürlich das nächste COD-Video am Start. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.